Let's go! Hä, was ist das für eine blöde Frage? Das klingt für mich irgendwie richtig. Ja, aber Liga, okay. Da geht es, glaube ich, um die Landesliga. Ich war gut. Ich glaube, da geht es um die Landesliga. Also da wird jetzt die erste deutsche Liga und die zweite deutsche Liga wird als eine Liga gesehen. Und das ist halt die deutsche Liga. Und Barcelona spielt halt in der spanischen Liga. Also das ist, glaube ich, die Idee hinter der Frage. Aber ja, wie auch immer, schlecht formuliert. Welche Form hat die Nabe eines Hellpots? Ja, komm, da brauchen wir gar nichts überlegen. Damit wir uns einig sind. Ich teilweise. Es kommt immer auf die Region drauf an. Aber ich habe noch keins dieser vier Gebirge jemals gehört. Der Ryancrasher sagt Rothaargebirge. Okay. Ich möchte da dem guten Ryancrasher jetzt mal vertrauen. Weil das ist sowas, wenn man eins dieser Wörter einmal gehört hat, dann leuchtet irgendeiner hier in der Region auf einmal auf. Ich habe sie noch nicht gehört. Aber ich glaube, wenn der Ryancrasher sagt Rothaargebirge, dann glaube ich, dass er das schon mal gehört hat. So machen wir das. An welchem Kleidungsstück findet man Manschetten? Ja, Hemd, ne? Manschettenknöpfe. Hier. Hemd. Ganz klar. Es ist B. Manschettenknöpfe. Kann man probieren. Ja, das ist definitiv meine Antwort. Kommt, das ist auch nicht alles zu lang. Viel Glück für diese neue Frage. Das war nett auf nichts. Ne, will keiner sehen. Welches Pulver haben die Chinesen bereits vor 1200 Jahren erfunden? War das nicht das? Ne, das hier. Schießpulver. Ich habe darauf gewartet. Ich wusste das sein, weil ich war mir ziemlich sicher, das muss das Schießpulver sein. Schießpulver? Das ist Schießpulver. Also Milchpulver, come on. Die Asiaten, die die meisten Unverträglichkeiten von Milch haben. F*** nicht. Waschpulver? Aber weißt eh nicht, dass es wie so ein Filter ist. Aber das muss doch wohl Schießpulver. Vor 1200 Jahren? Waschpulver? Die doch einfach im Waschbrett. Geht schon los, ne? Waschpulver. Waschpulver? Ne. Sauerteig war angesagt. Muss Schießpulver sein. Sagt auch, Junior sagt auch Schießpulver. Wollte schon Schwarzpulver schreiben. Aber ist das selbe? Ja. Kommt glaube ich aufs selbe raus. Ich glaube Schießpulver ist ne Mischung oder so. Schwarzpulver mit noch ein paar anderen Sachen. Ist aber, kann auch falsch sein. Das Wort Barbar bezeichnet ursprünglich einen Nicht-Grieche-Nicht-Nutz. Ich kann mir vorstellen, dass der ein Nicht-Grieche ist, oder? Ein Barbar. Hm? Also Barbar bringe ich hier in Verbindung mit etwas Grauenvollem. Wenn ich jetzt in Filmen drüber nachdenke oder in Spielen drüber nachdenke, was ein Barbar ist, die werden meistens dargestellt als hier heftige Maske, Angreifer, Gegner halt. Also wirklich als ein Gegner, der irgendwie nichts mit den eigenen Geflogenheiten zu tun haben will und einfach barbarisch ist. Und einfach das macht, was wir uns nicht vorstellen können. Und das könnte aus griechischer Sicht ja ein Nicht-Grieche sein, der als Gegner gegenübersteht. Ob es ist B. Ich wäre eh auch bei B. Ich würde jetzt sagen Nicht-Grieche. Ryan Crasher sagt B oder D. Junior schwankt auch. Sagt jetzt aber B. Also ich würde natürlich B sagen. Wir bleiben jetzt mal dabei, ne? Und genau so ist es. So. Wie lautet der Titel einer filmischen Poliziatiere von und mit Woody Allen? Potatoes, Bananas, Papayas, Coconuts. Ich bin da komplett raus. Ich weiß nicht warum, aber Coconuts lacht mich irgendwie an. 30% Bananas. Aber bitte erstmal Joker. Okay. Aber du hast auf jeden Fall schon eine Idee. Joker? 50-50 vielleicht? Oder soll man irgendwas anderes nehmen? Naja, ich würde sagen dadurch, dass der Ryan Crasher die Idee hat und ich weiß jetzt nicht genau inwiefern sich diese Idee quasi in seinem Kopf, ihr wisst was ich meine, soll er das entscheiden? Und er sagt Telefon. Dann machen wir mal Telefonjoker. Wer wird das am besten beantworten? Die Mutter? Schwester? Kollege? Jetzt weiß die Mutter, oder? So Ryan Crasher, das ist dein Joker. Sag mal wen soll man fragen? Jemand älteres. Mutter. Okay. Machen wir Maler die Mutter. Die fragen wir jetzt einmal. Ja? Das gibt es nicht. Das ist wer wird Millionär. Ja Maler, das stimmt. Jetzt brauchen wir aber Hilfe. Also bitte aufpassen. Keine Sorge. Ich bin ruhig und konzentriert. Oder was labert die so viel? Also los. Ich bin bereit. Packen wir es an. Oh, ich hab's. Es ist B. Jetzt bin ich doch ein bisschen stolz auf mich. What the hell? Also der Telefonjoker. Die liebe Mama. Die sagt B. Bananas. Cringe. Ja, das war sehr cringe auf jeden Fall. Also, der Ryan Crasher sagt 30% Bananas. Hat sich den Telefonjoker gewünscht. Die Mutter die Gute. Sagt auch Bananas. Ich würd sagen, wie long das ein, oder? Sie haben sich nicht getäuscht. Richtig. Sehr gut. Das war die richtige Antwort. Welcher Sänger hatte mit Movistar 1975 einen Nummer 1-Sit in Deutschland? Bin ich schon wieder komplett raus. Aber komplett mit Movistar. Welcher Sänger? Ich kenn die Sänger nicht mehr. Cuccio? Cuccio? Cepo? Cepo? Apo? Cicco? Ich hab den doch nie gehört. Ryan auf Ernst? Julian, nicht groß reden. Wenn du was weißt, dann sag Bescheid. Du bist dir relativ sicher zäh. Also ganz hinten im Kopf. Boah. Nein, du warst ja auch letztens so sicher mit der, mit der Suppe, mit der Tomatensauce. Ich will da jetzt nicht zu überschnellt antworten. Welcher Sänger hat er mit Movistar? Also... Aber... Du sagst C. Warum? Warum? Hast du da irgendwie einen Anhaltspunkt da auch? Oder sagst du einfach nur... Irgendwo dunkel in deinem Kopf? Was? Was? Ganz hinten? Achso. In deinem Kopf steht mein Musiklehrer und sagt C. Der Musiklehrer hat dir gesagt, dass 1975 Harpo, Movistar, einen Nummer 1-Cit hatte? Ja, wir haben früher immer so kack alte Lieder gesungen und mussten die Interpreten wissen. Okay, äh, schon, pass auf. Ich, ich vertraue dem leider nicht ganz, ja. Ich würde jetzt mal einen Fifty-Fifty-Joker reinhauen und wenn Harpo dann über ist, dann werden wir auf jeden Fall C nehmen. Okay, Harpo ist noch über. Dann würde ich sagen, wir gehen uns. Ich will ganz tief in den Kopf. Ja, du, wenn es falsch ist, kann man eh nichts machen, ne? Aber... Wir haben jetzt eh schon einen Joker, Reinkard. Also da ist scheinbar was von deiner alten Lehrer hängengeblieben in Musik. Du, ich hab das alles gar nichts gesagt. Du, war spannend, ne? Ryan Cracker, war spannend. Was macht ein Somnambule? Oh Gott, was für Fragen. Okay, Somnulenz ist Schläfrigkeit. Was soll ich sagen? Schlafwandeln, würde ich sagen. Also hier, ich bin ja, ich bin ja, ähm, Rettungssanitäter, ne? Somnulenz ist die schläfrige, der schläfrige Zustand eines Patienten, der quasi noch bei Bewusstsein ist, aber schwer bis kaum ansprechbar ist. Äh, also schwer bis kaum ist eine komische Aussage, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist Somnulenz. Das ist jemand, der halt wirklich sehr benommen ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass, also stottern und fasten würde ich komplett wegnehmen, hellsehen. Also ich bin direkt bei Schlafwandeln, ehrlich gesagt. Ich gehe auf jeden Fall auf Schlafwandeln, weil eben die Somnulenz die Schläfrigkeit ist. Jawohl, sehr gut. Was nennt der Franzose Bovre? Ich würde es jetzt mal Bovre aussprechen. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, Salz, also ich bin schwach in Französisch, aber Salz ist irgendwie Sol oder so. Sol glaube ich nicht. Also ich kann mich irren. Spanisch, Italienisch wäre ich besser dabei. Vielleicht noch Griechisch oder Latein. Aber da Französisch und Spanisch und Italienisch relativ nah beieinander sind, würde ich persönlich Salz ausschließen. Aber Pfeffer. Ich würde sagen, dass Pfeffer auf Französisch irgendwas auch Beppe oder Beb oder sowas in die Richtung heißt. Pfeffer. Ich wüsste nicht mal wie man es genau ausspricht. Geht das... Nein, nein, nein. Hallo. Das wollte ich nicht machen. Was? Was? Warum? Das wollte ich nicht drücken. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Was für eine Spannung. Ich wollte das nicht drücken. Ich wollte das nicht drücken. Ich wollte das nicht drücken. Na gut. Das habe ich echt nicht vorher gesehen. Sehr gut. Immerhin haben sie noch den Gewinn der Sicherheitsstufe. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Fehl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.